Heute geht es um die Kollagrafie, eine besondere Art des Druckens und zum Drucken benutze ich meine Gelatinedruckplatte. Die habe ich auf ein Stück Papier gelegt und das Papier hat genau die gleiche Größe wie später mein Druckpapier. Und nun brauche ich einen Druckstock. Den erstelle ich auf diesem kleinen Stückchen Karton. Ich werde gleich hier verschiedene Papiere aufkleben, um ein Relief zu erzeugen, welches ich dann drucken werde. Aber seht selbst. Die Gelatineplatte lege ich zunächst einmal beiseite, denn es geht im ersten Schritt um die Gestaltung meines Druckstocks. Ich habe hier einen Acrylbinder als Kleber vorgesehen. Im Verlauf habe ich aber mich doch nochmal anders entschieden, da dieser Kleber zu wasserhaltig ist und mein Karton dann quillt. Ich nehme lieber diesen Klebestift, der hat weniger Wasser und funktioniert viel besser. Außerdem brauche ich natürlich verschiedene Papiere. Als erstes nehme ich hier zum Beispiel ein Butterbrotpapier, das kann ich wunderbar geknautscht aufkleben und als zweites habe ich hier eine Rolle Raufasertapete. Die hat auch eine schöne Struktur. Diese beiden nutze ich unter anderem. Nun geht es aber zunächst ans Kleben. In dem Wort Kollagrafie steckt das französische Collet, Kleben und so haben wir den Begriff also auch schon erklärt. Der Klebestift leistet mir hier gute Dienste. Ich reiße aus meinem Butterbrotpapier ein Stück aus und möchte es auf mein Stück Karton kleben. Damit ich nicht die ganze Fläche des Kartons einstreichen muss, umzeichne ich hier erst einmal die Form meines Papiers, damit ich ungefähr weiß, wo es hin soll. Diese Fläche streiche ich nun komplett mit dem Kleber ein. Man sollte darauf achten, dass er über gut verteilt ist und dann kann ich schon das Papier darauf platzieren. Ich wollte es ja geknautscht aufkleben und hier merke ich, ach das klebt sofort und ich kann es gar nicht mehr knutschen, nicht mehr verrutschen. Also ziehe ich es noch mal ganz ab, knutsche es vorher und klebe es dann auf die Fläche auf. Das ganze drücke ich vorsichtig fest und schon habe ich meine erste druckbare Textur auf dem Karton. Aus der Raufaser schneide ich jetzt mit der Schere noch zwei Formen aus, die ich ebenfalls aufklebe. Die Formen können sich ruhig überlappen. Das macht das ganze spannender. Hier klebe ich noch ein kleines Stück von einem glatten Druckerpapier auf. Das ergibt wieder andere Texturen und das gleiche Druckerpapier schneide ich jetzt noch mal für meine Horizontlinie aus. Das heißt, ein Teil der Strukturen, die jetzt schon auf dem Karton sind, werden dadurch wieder zugedeckt. Das ist ein Teil der Strukturen, die jetzt schon auf dem Karton sind. Hier klebe ich noch ein paar Stücke meines Maskierbands auf. Das ist ein Teil der Strukturen, die jetzt schon auf dem Karton sind. Das ist ein sehr glattes Band, das auch Farbe abweist. Das heißt, die Stellen, an denen dieses Band klebt, bleiben besonders dunkel. Mit einem Kugelschreiber drücke ich fest Linien in den Karton. Das gibt Rillen, die später auch beim Druck zu sehen sind. Das ist eigentlich ein ziemlich unspektakuläres Teil. Ich habe auch jetzt sehr schnell gearbeitet, einfach um euch mal ein paar Möglichkeiten für eine Kolegrafie zu zeigen. Und ich bin ganz gespannt, was sich nachher im Druck ergibt. Das ist nämlich manchmal eine Überraschung. Zum Drucken brauchen wir also zum ersten die Gelatineplatte, den Druckstock, also die Kolegrafie und eine Walze, vielleicht auch eine zweite Walze noch. Dann schwarze Farbe und ein Druckpapier. Das heißt, auf dieses Papier wird mein Bild nachher gedruckt. Es ist genauso groß wie das unterliegende. Zunächst einmal kommt die schwarze Farbe auf die Gelatineplatte. Man nimmt nicht zu wenig. Also die Fläche muss komplett bedeckt sein und auch die Ränder müssen gut eingestrichen werden. Man sollte schnell arbeiten. Die Farbe trocknet rasch. Alternativ kann man aber auch mit anderen Druckfarben, die nicht so schnell trocknen, arbeiten. Nun kommt der Druckstock mit der Druck-, mit der Reliefseite nach unten und wird gut angedrückt. Dabei nehmen die Relief-achtigen Strukturen die Farbe unterschiedlich auf. Ein spannender Moment. Das ist also mein Druck, der jetzt noch auf der Gelatineplatte ist. Hier sollte er zunächst einmal komplett trocknen. Das heißt, ich warte einige Zeit und erst wenn er Oberfläche trocken ist, kann ich ihn mit einer weiteren Schicht Farbe oder Binder abnehmen. Dazu brauche ich eine saubere Walze. Ich nehme hier weiße Farbe und verteile sie gleichmäßig und nicht zu dick vorsichtig über meinen Druck. Durch die feuchte Farbe wird der Druck bzw. die schwarze Farbe wieder etwas aufgenommen und die weiße Farbe verbindet die schwarze Farbe mit der Oberfläche meines Papiers. Ich lege also mein Papier auf und reibe es gründlich an. Ich achte darauf, dass ich alle Stellen wirklich gut anmodelliere und das Ganze lasse ich mindestens 10 Minuten liegen. Mal sehen, ob der Druck schon übertragen ist. Ich schaue mal an eine Ecke nach. Oh nein, ich glaube wir müssen noch ein wenig warten. Ich gebe dem Ganzen noch weitere 5 Minuten. So, jetzt wird es soweit sein. Ganz vorsichtig. Dafür, dass es eigentlich ein Probestück ist, finde ich es ganz okay. Hier unten seht ihr die Linien, die ich mit dem Kugelschreiber eingraviert habe. Dann die Stellen mit dem Raufaser, da ist das Maskierband. Und halt die Butterbrotpapierstellen, die sehr gekrinkelt sind. Verschiedene Schatten, die noch dabei sind. Man könnte das jetzt weiter ausarbeiten mit Farbe, teilweise abdecken oder einfach auch so rahmen. Ich finde es total spannend. Und vielleicht habt ihr Lust, auch mal eine Kollergrafie zu machen. Ist wirklich schnell gemacht und ihr könnt mehrere Abzüge davon machen. Nicht nur den einen Druck. Ihr könnt auch mit farbigen Hintergründen arbeiten. Es gibt so viele Variationsmöglichkeiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Vielleicht schaut ihr beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Das war er uns. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank.